Überzüge mit der Kurzhandel. Solltest du die Übung alleine durchführen, stellst du dir die Kurzhandel auf deinen Brustkorb ab und bringst sie anschließend über deinen Kopf. Spanne deinen Körper komplett durch und bringe die Kurzhandel für die Bewegung hinter deinen Kopf und wieder ungefähr auf Augenhöhe zurück. Bei dieser Übung trainierst du den Latissimus vor allem in seiner gedehnten Position. Achte darauf, dass du das Gewicht nicht unnötig weit nach vorne bringst. Das wird dann schon zu einem vorderen Schultertraining. Aber Spannung auf dem Latissimus wirkt hier nicht. Genauso wenig solltest du die Übung zu einem Trizepsstrecken ummodifizieren. Lass deine Ellbogen gestreckt und behalte dir diesen Ellbogenwinkel über die Bewegung konstant bei. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020